Hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute seht ihr mich mal ein bisschen größer in der Cam. Wundert euch nicht, wir haben jetzt 21,55€ und deshalb sehe ich jetzt nicht ganz so geschminkt aus oder so, aber ist ja egal. Ich habe Zuschauerpost bekommen und zwar keine Post, kein Päckchen, sondern ein dickes fettes Paket von der Stephanie. Ich bin unheimlich aufgeregt. Ich habe gerade mal nur hier geöffnet. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin nervös. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich habe jetzt hier mein Headset liegen, damit das Mikro ein bisschen besser ist. Ich habe schon aufgeschnitten, ich habe aber noch nicht reingeguckt. Aufgerichtet zu Weihnachten, ne? So, da-da-da-da. Entschuldigung, ich komme ja zum Mikro hier. Ups. Ich war dort nicht. So. Dann haben wir hier einen Zettel. Ich denke mal, ich darf hier vorlesen, wenn nicht, dann schneide ich es raus. Hallo liebe Anni, ich schaue deinen Kanal gerne und bewundere deine nette, spritzige Art. Okay. Ich habe etwas meinem Vorrat geschröpft, weil ich dir einfach auch etwas zurückgeben möchte. Du verbreitest so viel positive Energie, deine Stephanie. Süß. Danke dir für die tollen Worte. Ich bin nur ich. Ich mache ja nichts Besonderes. Ich mache ja nur Videos und bin wie ich bin, ne? So. Auf jeden Fall haben wir ja richtig viel Zeitungspapier. Das werde ich wieder verwenden, wenn ich mal was verschicke. Also hier guckt nichts, äh, nichts weg. So. Wo tue ich das denn jetzt hin? Oh. Okay. Ich tue es erstmal beiseite. So. Dann haben wir hier Laminierfolien. Was sind das denn für welche? DIN A4, DIN A5, DIN A6. Cool. Ich laminiere nämlich sehr viel. Von daher freue ich mich sehr darüber. Danke, 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 danke. Laminierfolien kann man nie genug haben, wenn man laminiere. Okay. Ähm. Zeitungspapier? 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 Oh, ich sehe Bilder. Ich sehe, ich sehe noch mehr. Bist du verrückt? Als erstes nehmen wir jetzt mal hier die Leckereien. Oh, lecker. Wassermelone. Wassermelone. Ich zeig euch das mal. Da wird sich mein Mann drüber freuen, wenn er das sieht. Lecker. Bist du verrückt? Sag mal. Ah. Wisst ihr, was das ist? Ich zeig es euch mal näher. Das hier, meine Lieben, ist ein Schiffchen für Steine. Und diese hier kann man rausnehmen und kann die dann in die Behälter wieder kippen, Steine. Das ist der Wahnsinn. Meine Lieblingsfarbe und dann auch noch so ein Pfötchen. Danke. Das ist verrückt. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Also das alleine hätte schon gereicht, ja? Also damit machst du mir eine Riesenfreude. Ich wollte schon immer ein außergewöhnliches Schiffchen haben. Aber die waren mir immer so zu teuer, weil aus Amerika und so weiter mit Versand. Das ist echt toll. Das werde ich nachher direkt mal verwenden. Da bin ich echt glücklich drüber. Da danke ich dir wirklich. Und das, was hier in der Kiste drin ist, das seht ihr ja noch gar nicht. Ich guck mal, ob ich das einfangen kann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal hier schauen. Hier ist das erste Bild. Und ich rechne mal mit Home Fun, wegen dem grünen Rand. Home Fun immer gut. Wo haben wir denn das Vorschaubild? Ist das jetzt... Seriös? Muss ich mal gucken. Mein Mann, echt geile Qualität. Ein schwarzer Mumps! Nee, wie süß! Wie süß! Ich guck mal eben, ob ich hier... Ja, da haben wir Steine dazu. Moment. Ich kann euch das gleich so zeigen. Boah, ist das süß! Du bist ja der Hammer! Sag mal... Wieso Mops? Aber hier ist auch nicht hier zu schlecht. Moment. So ein schwarzer Mops. Ja, jetzt sieht man... Ist der nicht toll? Der ist richtig toll. Quadratische Steinchen? Oh! Danke. Der ist natürlich 50 x 50 cm. Meine Schwester liebt Möpse. Also Wundemöpse, ne? Also... Ja, wenn du das siehst, guck mal... Danke. Danke. Und wie ich schon sagte... Von Wunfern. Das sieht man auch an der Steinbacke. So, wo tue ich das denn jetzt in mir? Oh, ich hab gar keinen Platz. Moment, ich muss mir erstmal hier Platz machen. Ähm... Mikro zur Seite. Ähm... Du machst was mit mir. Ich kriege einen Herzinfarkt. So... Wir machen mal den Karton zur Seite. So... So passt das Ganze. Ich leg das, was ich schon ausgepackt habe, mal zur Seite. Dann haben wir hier noch... Für Weihnachten! Ja, Spitzenklasse! So... So ein Weihnachtsteadybären. Sieht man den gut? Ja. Ich werd verrückt hier. So... Und die Steine. Bär im Schnee, genau. Auch quadratisch. Oh, ich könnte ich küssen. Toll. Das ist Huracan. Dann haben wir hier... Do-it-yourself-Drawing-Board. Äh... Einen Löwen. Ne, Tiger. Einen schönen... Boah, den sieht man so schlecht mit dem Licht hier. Tiger. Der ist auch toll. Was haben wir denn hier noch? Oh, wie schön! Die hatte ich auch schon im Auge. Sieht man das? Ja. Die ist toll. Die ist der Hammer. Also vom Bildergeschmack her hast du genau getroffen bis jetzt. Also bis jetzt... So. Jetzt packen wir aber erstmal Washi-Tapes. Noch mehr Washi-Tapes. Ich tu die anderen mal wieder in die Tüte zurück. Boah. Boah. Also da ist ja wirklich... Ich hab dir echt Gedanken gemacht, ne? Ich guck mal wirklich... Wir haben hier... eine Menge... eine Menge... Upsala... eine Menge Washi-Tapes. Muss mal gucken, ob man das richtig einfängt hier. Das Licht aus. So, genau. Da sind ganz viele Washi-Tapes drin. Jetzt machen wir mal das Licht an. Sonst bin ich verpixelt. Washi-Tapes mache ich immer an die Seiten bei meinen Bildern, damit das nicht so dreckig wird. Aber das habt ihr ja alles schon in Videos gesehen, ne? So, hier haben wir ein kleines, feines für zwischendurch. Da muss ich jetzt aber machen. Ich bin neugierig. Da muss ja das jetzt so gehören. Oh, wie schön. Sieht man das ein bisschen? Ja. Menschen, die durch den Regen laufen mit Regenschirmen. Ne, ohne Regenschirm, aber an so eine Allee, wo rosa Bäumchen nicht so sind. Schön. So, dann haben wir noch... Oh, ein Mops mit Küchen. Nehmen wir, das muss ich jetzt mal einfach um euch zu zeigen. Möpfe. So. Oh Gott, da haben wir ihn. Boah, ist der süß. So. Ein Mops mit nem Küchen. Das ist ein Teilbild. Das ist also schnell gemacht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Der ist echt schön. Der leg ich mir zur Seite. Ich glaub, den mach ich heute noch. Mal gucken. Dann... zu dem Schiffchen hier. So. Überall Pfötchen. Das ist echt geiles Ding, oder? Seid mal ehrlich. Das ist der Hammer. So ein schönes Blau. Und dafür mehrere Steinchen und da so kleine. Das ist echt toll. Richtig toll. So, dann hat sie mir da leckereien reingelegt. Oh, Summer Orange. Kenne ich ja nur gar nicht. Wo kriegst du denn sowas? Lecker. Ein Herzchen. No, mum. Ja. Den Stift wollte ich mir eh mal holen. Der ist toll. Boah, den sieht man ja gar nicht hier in dem Licht. So. Licht nur raus. Der hier. Kamera, Kamera. Da. Der leuchtet nämlich, wenn man da eine Batterie reinhaut. Den hatte ich schon lange im Auge. Aber ich habe immer gesagt so, mhm, nee. Dann haben wir hier einen Mario-Sticker. Dazu wohl drauf geachtet, weil ich liebe, das Aufkleber an meinen Schreibtisch zu packen. Der hat nämlich hier so eine Wand. Und da sind die ganzen Dinger dran. So. Aufkleber immer gut. Die lege ich mir aber jetzt hier hin. Die Steinchen von dem Netz. Du bist doch verrückt. Also jetzt kann ich den Laden aufmachen. Moment. Die Wachsstifte. Danke dir. Also davon kann man echt nicht genug haben. Das ist super. Das hat danke ich dir für. So, die lege ich jetzt mal hier hin. Dann haben wir hier noch zwei Sachen. Und eins davon, da könnte ich ausrasten. Von EverMoment. Ich habe noch nie EverMoment gehabt. Und ich weiß, dass das teuer da ist. Von daher weiß ich, dass du dafür eine Menge ausgegeben hast. Und von Kotart wollte ich mir schon länger was holen. Das ist der Hammer. Das ist wirklich. Das ist an der Karton zur Seite. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen wollte. Ehrlich. Bist verrückt. Ich lege mal alles jetzt hier zusammen. Damit ich das gleich alles festhalten kann im Bild. So. Jetzt gucken wir mal hier. Hey. Das ist heute besser. Verrückt. Riecht mir das denn auf? Ja. Ah. Mein erstes EverMoment. Toolkit. Eine gute Pinzette dabei. Und ja, kennt ihr ja sowas hier, ne? Kennt ihr. So. Und dann. Sippbeutelchen. Die habe ich immer hier an der Seite. Die packe ich mir noch mal. Washington. Ich nehme mal hier. Das Ganze raus. Was war mal hier? Oh, wie schön. So. EverMoment hat nämlich immer hier so. Boah, das sieht man beide nicht echt so mies, ne? So ein Sippbeutel. So ein Sippbeutel. Große Sippbeutel mit den Steinchen drin. Ich mache mal kurz hier aus. So. Dann. Zeige ich euch das Vorschaubild. Äh, ja. Wahnsinn. Eine Frau mit roten Haaren mit einem Fuchs im Arm. Das ist wirklich schön. Das lege ich mir direkt wieder in die Rolle rein, damit es keinen Schaden nimmt. Schub. Die Steine kommen in meine Schublade gleich rein. Und dann gucken wir jetzt. So. Da, 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 da. Noch was. Da ist ja noch. Hast du das überhaupt mal geöffnet gehabt? Jo, doch. So. Toolkit. Wie viele Stifte sind denn da drin? War das vorher schon so oder hast du da welche beigebacken? Vier Stifte. Das habe ich noch nie gehört. So. Guck mal her, Baby. Ups. Ich kann euch das jetzt auch mal in der Photoshop zeigen. Eine Eule. Eine bunte. So. Dann haben wir hier ein Thank You Kärtchen. Das ist immer bei denen bei. Das weiß ich. Labelsticker für die Schublade. Tic-Tac-Dosen oder Fläschchen. Quadratische Schlauenchen. Das ist der Hammer. Ich krieg die Krise. Also so gute Bilder. Dann von Firmen, die ich noch nie getestet habe. Ah, kann man so zeigen. Boah. Schön, ne? Ja, finde ich auch. Ich würde mal sagen, das ist ein toller Abschluss für diese Kiste voller Bilder. Also Stefanie, du bist der Hammer. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Weil das ist ein Wert. Wenn man das mal hier zusammenrechnet, sind es auf jeden Fall 100 Euro. Über 100 Euro. Ich hoffe... Ich hoffe nicht. Weil das ist wirklich viel. Voll richtig. Über die Post, die ich von euch kriege. Also ich krieg ja von der Petra auch sehr viel im... Ja. Die Zuschauerpost, die ist wirklich der Hammer. Ihr macht mir damit eine Riesenfreude. Ihr... Ich krieg das Grinsen nicht mehr aus Gesicht raus. Ich find's toll. Ich freu mich riesig auf jede Post, die noch kommt. Ich freu mich riesig, diese Bilder zu machen. Ne? Die kleinen Bilder machen ich ja zwischendurch immer. Ich mach ja im Moment den Yoda, der ist ja fast fertig. Aber die kleinen Bilder, die gehen auch zwischendurch, wenn ich mal keine Lust auf Yoda hab oder so. Ja. Ja. Ich hoffe, es war jetzt nicht so schlimm, diese ungeschminkte Wahrheit die ganze Zeit mitzuerleben. Ist nun mal so. Ne? Realität. Ja. Was soll ich dazu jetzt nur sagen? Ähm. Ich ähm. Ja. Ich ähm. Ich. Mir fehlt dazu nicht mal ein. Außer Danke zu sagen und äh. Wahnsinn. Ja. Hiermit beende ich das Video und wir sehen uns wieder beim nächsten Unboxing. Und zwar morgen. Ich hab nämlich auch Post von der Petra bekommen. Und ich habe äh etwas aus China bekommen. Das möchte ich euch dann auch zeigen. Also. Ja. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss. Peace.